Hallo, ich möchte euch heute unseren Banner für den kommenden Samstag, den 6. Oktober 2018, für die Demonstration im Hambacher Wald präsentieren. Und zwar steht da drauf, Wald verbunden und Ja zum Leben. Das heißt, uns ist es ein Anliegen, dass wir unseren Wald, unsere Natur schützen. Wir fühlen uns nämlich damit verbunden. Das, was du liebst, das, was du wertschätzt, das möchtest du schützen, das möchtest du bewahren. Die Frage ist natürlich, was möchtest du bewahren, was liebst du? Und wenn ich jetzt mal auf RWE gucke, dann glaube ich, dass die einfach nur ihr Bankkonto, ihren Geldbeutel schützen wollen und dass es denen egal ist, dass hier dieser ursprüngliche Wald, dass dieser Hambacher Forst auch noch gerodet wird. Zuletzt habe ich gelesen, dass es in Deutschland nur noch 0,5 Prozent an ursprünglichem Wald, also sozusagen Urwald gibt und alles andere, was an Wald wächst, ist einfach nur Kulturwald und hat nichts mehr mit ursprünglicher Natur zu tun. Und sofern, wir können nicht einfach nur mit den Fingern nach Brasilien, nach Indonesien zeigen und dort erwarten, dass die Menschen ihren Wald nicht roden, wenn wir unsere Natur nicht schützen. Also, was möchtest du schützen, was möchtest du bewahren, was liebst du? Ist es dir wert, hier für den Wald einzustehen? Das wäre super. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann am kommenden Samstag, 6. Oktober im Hambacher Wald alle sehen und gemeinsam sind wir stark, gemeinsam können wir demonstrieren, dass wir diesen Wald, dass wir die Natur schützen wollen, dass wir dafür stehen, Ja zum Leben, wir sind waldverbunden. Bis dahin, alles Gute.